Hallo Servus bei Monaco Deluxe, schön, dass du wieder draufgeklickt hast. Heute bin ich für euch Backstage bei der Fashion Show von Marcel Ostertag. Ihr seht ihn schon hier hinter mir und ich schnappe ihn mir gleich für ein Interview für euch und danach geht es natürlich auch zur Runway Show. Neben mir habe ich jetzt mit Marcel, kurz vor der Show wirkst du noch echt entspannt. Wie kommt's? Ich bin vor meinen Shows immer entspannt, weil einfach mein Team gut organisiert ist und wir mehr eine große Familie als ein Arbeitsteam sind. Das heißt, es gibt wenig Stress, es gibt keine Zickereien. Ich finde so eine entspannte Atmosphäre, die ich dann auf die Leute übertrage, tut einfach allen gut, weil die Arbeit mehr Spaß macht. Zum Thema Arbeit, was erwartet uns denn heute in deiner Show? Ich zeige heute die neue Winterkollektion 2017, sie heißt Revolution. Es geht mir mit der neuen Kollektion aber mehr um meine eigene Revolution, die Mode wieder so ein bisschen zu entschleunigen und die Geschwindigkeit so ein bisschen rauszunehmen. Ich finde, es ist alles zu schnell und zu unpersönlich geworden und ich finde auch, dass die Leute mit so Scheuklappen und ihrem Handy da und durch die Gegend laufen. Also ich finde, es ist wichtig, wieder mehr um sich zu gucken, wieder mehr zu gucken, was trägt man, von wem trägt man was, warum, was sind für hintere Werte stehen hinter diesem Label und das ist meine Revolution, dass ich mich einfach an meine eigene Geschwindigkeit wieder anpasse. Ich liefere jetzt in Zukunft Sommer im März aus und Winter im September, dann wenn man die Klamotten auch braucht und nicht irgendwie schon Sommer im November und Winter im Mai und da habe ich eben ganz viel mit meinen Kundinnen gesprochen und die freuen sich drauf, einfach sich auch mal wieder auf das Wesentliche konzentrieren zu können und die Kollektion ist weiblich stark wie immer, hat aber ganz viele neue Elemente drinnen und was ganz spannend ist, ich präsentiere heute meine erste Schuhkollektion, die ich in Kooperation mit Tamaris erarbeitet habe. Wow! Ja. Welche Preisklasse wird dann die Schuhkollektion haben? Die Schuhkollektion wird eine Premium-Kollektion von Tamaris sein, aber trotzdem noch erschwinglich, also es ist schon für jeden tragbar und auch jeder Gelbbottel kann sich das leisten. Es sind tolle Produktgruppen, also wir haben Sneaker, wir haben Ankleboots, wir haben Highheels, wir haben Overknee-Stiefel, also alles, was man hier auf dem Laufstück sieht, kann man ab Juli, August dann auch in den Geschäften kaufen. Wir sind gespannt und schauen gleich mal in die Show. Wir sind gespannt und schauen gleich mal in die Show. Wir sind gespannt, wie wir uns auf den Schuhkollektion haben. Wir sind gespannt, wie wir uns auf den Schuhkollektion haben. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020